Mein Name ist Kikiyo Kushida und mein Ziel ist es, mich mit allen meinen Klassenkameraden einzufreunden. Denn ich möchte viele schöne Erlebnisse schaffen. Es wäre also toll, wenn ihr mich einfach mal einladet. Die wird wohl schnell Freunde finden. Sie hat schon diese Ausstrahlung, als würde sie mit jedem gut klarkommen. Wobei ich mir die Kritik lieber sparen sollte. Bei dieser Vorstellungsrunde wird die Rangordnung der Klasse entschieden. Soll ich einen Witz reißen? Wenn ich voll aufdrehe, lachen sie vielleicht alle. Oder ich mache mich zum Affen. Hobbys oder besondere Begabungen habe ich sowieso nicht. Ich bin ein freier, weißer Vogel. Nichts Besonderes. Als nächstes, wie wäre es mit dir? Hä? Meinst du mich? Jetzt kann ich mich wohl nicht mehr drücken. Dann raffe ich mich mal auf und bringe die Vorstellung hinter mich. Zum Wohle meines Schülerlebens. Ähm... Ich bin... Kiyotaka Aya no Koji. Ähm... Auf eine erfolgreiche... Ähm... Gemeinsame Schulzeit. Es gibt eigentlich nichts, was ich besonders gut kann. Ich würde gerne mit allen gut klarkommen. Voll versagt. Na dann auf eine erfolgreiche Zeit, Kiyotaka. Ich hoffe, wir kommen gut miteinander klar. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020